Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und ich habe mir heute überlegt, einen grünen Hut aufzuziehen, aber ihr wisst schon, warum das nicht geht. Heute probieren wir das Oettinger und zwar das Malzbier von Oettinger. Ja Leute, unter meinem Oettinger Video haben ja sehr viele Leute geschrieben, ja das Malzbier, das ist das allerbeste und so. Und ich habe mir mal einen Kasten davon gekauft, weil ich auch im Internet gelesen habe, das wäre das Beste von Oettinger und so weiter. Hat sich dann aber leider herausgestellt, dass niemand bei uns das trinken wollte und ich musste leider fast ein Dreiviertelkasten oder so wegschütten. Was mir sonst noch nie bei einem Erfrischungsgetränk oder Bier passiert ist eigentlich, ist ungefähr fünf Jahre her. Jetzt gebe ich einer Flasche nochmal einen Versuch, ich hole mir nicht nochmal einen Kasten. Weil eben so viele Leute geschrieben haben, das wäre das allerbeste Malzbier und ich finde ja zum Beispiel Karamalz echt toll. Aber jetzt probieren wir das mal. Ach ja und bitte diese Pauschalurteile unter jedem Oettinger Video immer. Oettinger ist nix und so. Also solche Aussagen diskreditieren euch bei mir sofort. Habt ihr keine Ahnung. Auch wenn die Sachen vielleicht nicht super toll sind, aber man kann doch nicht sagen, es schmeckt wie Pisse oder was weiß ich, was die alle sagen, die Leute. Die würden in der Blindverkostung die allermeisten komplett durchfallen, weil wenn die sowas als Pisse bezeichnen, dann stimmt irgendwas mit ihren Geschmacksnerven nicht. Denn der Unterschied zwischen einem Oettinger Pils und Pisse ist ungefähr hundertmal größer als der Unterschied zwischen Bitburger und Oettinger. Gut, das riecht schön malzig. Was ich halt beim letzten Mal nicht so mochte. Es ist halt bitter. Das ist wahrscheinlich genau das, was viele Leute mögen. Es ist bitter, aber trotzdem halt ein Malzbier ohne Alkohol oder mit wenig. Nämlich weniger als 0,5%. Ich weiß nicht, weniger als 0,5% kann auch 0,4% sein. Also erstmal riecht es nicht hopfig oder so. Einfach nur nach Malzbonbon. Die Farbe ist so ähnlich wie Cola, etwas heller. Sehr rötlich. Also typische Zuckerkulörfarbe. Das schmeckt süßlich. Zutaten sind Brauwasser, Gerstenmalz, Invertzuckersirup. Das bedeutet ein Gemisch aus Traubenzucker und Fruchtzucker, also Fruktose. Ähnlich wie bei Honig. Kohlensäure, Farbstoffzuckerkulör und Hopfenextrakt. Hat dann am Ende 11 Gramm Kohlenhydrate, davon Zucker 8,1 Gramm und 45 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Ja, das ist so viel wie Cola. Allerdings kommen hier nicht alle Kohlenhydrate aus dem Zucker. Nur zwei Drittel. Ja, ich muss sagen, es schmeckt mir besser als letztes Mal. Allerdings ist es nicht so ganz logisch zu erklären. Auf der einen Seite hat es Dinge, die mich am Bier reizen, was mir am Bier gut schmeckt. Diese leichte Bitterkeit und auch dieses wenig Süße am Bier. Und die Hopfenaromen, ja, die sind erahnbar jetzt, wo ich einen Schluck getrunken habe. Glaube ich, ist ein bisschen mehr zu merken. Aber es hat auch etwas sehr Süßes. Und ich sehe das halt so, wenn ich was Süßes trinken möchte, dann trinke ich halt ein Malzbier oder eine Limonade. Und wenn ich aber dieses Bittere möchte vom Bier und so weiter, dann trinke ich halt ein Bier. Das ist so der Grund, warum es einfach irgendwie nicht reingepasst hat. Das ist für mich kein Durstlöscher so, ne. Es ist jetzt nicht so erfrischend wie ein Karamalz, finde ich persönlich. Es ist auch keine Süßigkeit wie Karamalz, weil es eben bitter ist. Und ein richtiges Bier kann es halt irgendwie auch nicht ersetzen. Also es passt bei mir einfach nicht so in den Alltag rein. Deswegen muss ich dann irgendwann mal einen Dreiviertelkasten da wegschmeißen bzw. abgeben, weil es halt schon ewig abgelaufen war. Naja. Aber ich muss sagen, es schmeckt schon, ja. Es ist gut. Man merkt auch, dass es halt irgendwie mit Verstand gemacht ist. Aber trotzdem, ich habe da nicht so im Alltag Lust drauf oder sowas. Hier oder hier weitere Videos von mir. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Viele sind ja hellauf begeistert davon. Ciao, Leute.